Wie schon letzte Woche sind wir heute mal an einem anderen Ort am Trainieren. Wir sind hier im UNIQ Training. Wie Sie sehen, haben wir mal eine andere Location. Es tut für uns auch gut, mal den Kopf zu lüften, mal in einer anderen Umgebung zu trainieren. Wir haben heute an unserer Atmung und Beweglichkeit gearbeitet. Es hat Spass gemacht, es war interessant. Ich bin Anja und bin von UNIQ Training. Wir machen heute eine Hüft-Mobility mit den SCB Jungs. Ich glaube, es tut uns allen gut. Wir sind mehrere Monate immer im gleichen Garderobe, im gleichen Kraftraum und in den gleichen Hallen am Trainieren. Ich glaube, so Wochen wie jetzt, wo wir nur zwei Spiele haben, gestalten wir das sehr gut, dass wir noch mal so anders gehen, etwas machen, trainieren und eine andere Luft schnuppern und einen Wechsel haben von Location.